Wenn Sie jetzt Ihre Augen schließen würden, was würden Sie von dieser furchtbaren, entsetzlichen Nacht sehen? Wenn ich meine Augen schließe, sehe ich, wie es passiert. Immer und immer wieder. Ich bin Victor. Victor wird der nächste große Star der Kunstszene sein. Stadtrat Simon, Sie haben sich sehr für die Reglementierung des Waffenbesitzes ausgesprochen. Ich sage, was ich denke und ich glaube, die Leute mögen es, wenn man aus dem Herzen spricht. Ich bin die Frau eines Politikers. Alles muss immer so stinkkonservativ sein. Irgendwann lassen Sie sich doch auch einfach mal gehen, oder? Ich habe so etwas schon so lange Zeit nicht mehr gefühlt. Vielleicht habe ich männliche Aufmerksamkeit gebraucht. Das war dumm. Du musst mir versprechen, dass du dich von ihm fernhältst. Du hättest nicht kommen sollen. Ich wollte dich sehen. Hör auf. Ich wette, das ist eine deiner Fantasien. Ich habe meine Seele vor dir entblößt. Ich habe dir alles gegeben. Was meinst du damit? Wenn du mein Leben zerstörst, zerstöre ich deins. Hey Victor, das ist meine Frau Ronny. Wer hat die gemacht? Victor, mein Freund. Das ist Unzucht mit Minderjährigen. Oh mein Gott, denkst du, er vergewaltigt mich? Hör auf, meinen Mann mit der Waffe zu bedrohen! Wieso lückst du ihn an? Man kann Liebe nicht erkennen, bis sie einem ins Gesicht zieht. Sieh mich an. Ich liebe dich. Bitte, lass mich gehen. Nicht laufen. Was hast du vor? Hör auf. Hör auf.